Der Schwan von Rainer Maria Rilke Diese Mühsal, durch noch Ungetanes, schwer und wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes. Und das Sterben, dieses Nicht-mehr-Fassen jenes Grundes, auf dem wir täglich stehen, seinem Ängstlichen sich niederlassen, in die Wasser, die ihn sanft empfangen und die sich, wie glücklich und vergangen, unter ihm zurückziehen, Flut um Flut, während ihm, unendlich still und sicher, immer mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geholt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020